eat something cook something smash five rocks und sollte mir das vielleicht noch machen ach so die kriegt man dann automatisch alles klar um eat something kann ich wahrscheinlich nur wenn ich gekocht habe ok das zeug bringt ja richtig geld also von daher sollte man das auf jeden fall sammeln oh was ist das fleisch warum liegt da fleisch rum ein logi ja dann würde ich sagen ist das nächste auf jeden fall die lizenz um holz zu hackern nicht guter trainer ein blauer dann war irgendwas mit 200 glaube ich na gut machen wir zurück ich kann ja noch ein paar solche muscheln sammeln das ist ja ein bisschen was ist es ja da haben wir noch mal ein paar von denen flowers wo bin ich jetzt ich bin ja ganz oben hier bin ich nicht nach ost muss ich ach und die map dreht sich auch noch ok ich muss mal gucken ob ich die map fixieren kann ich meine ich habe da diesen nordbübel da dran diesen diesen pfeil aber trotzdem mag ich das eigentlich immer mehr wenn die wenn das fest ist könnten wir hier vielleicht noch ein paar knochen abbauen also dass das treffen von den sachen ist gewöhnungsbedürftig auch die blieft taube oder was nein ok sie braucht aber auch ein campfeuer hat sie gesagt das heißt wir machen mal eins so schauen wir mal ob ich jetzt irgendetwas vergessen habe ok crude furnace also für eine schmelze ok ich muss die auf jeden fall irgendwo innen reinstellen ok can melt down tin and copper or into bars ok das heißt wir schnappen uns einmal hier den hier wir haben irgendwelche errungenschaften wieder hier shell yeah ok rockon haben wir uns schon geholt ok ok ähm den kann ich hier anscheinend nirgends hinstellen ich bin mir nicht sicher aber doch kann ich da hinstellen alles klar ähm dann nehmen wir mal den nicht den stone hier tin ore insert und wie lange dauert das da kann ich mir zehn stück hinstellen wenn ich da mehr brauche also ich kann immer nur eins rein tun meine energie ist halt auch schon wieder sehr weit runter ne und wir haben jetzt gerade schon mal zwölf uhr das könnte möglicherweise etwas öffnen für was wäre ein schlüssel sonst gut ne ähm old gear also ein altes zahnrad halt ein altes spielzeug mal schauen ob ich nägel tin bar tin sheet das ist wahrscheinlich alles was ich dann hier in der werkbank herstellen kann ach so well done ok du hast dich selbst bewiesen stuff around ähm ich was ich zeige dir wie du ein wooden crate baust ok mit mit einer schmelze und einer tischkreissäge können wir daran denken ähm mehr permanente strukturen zu bauen also feste häuser im grunde ok wir sollten versuchen dass john hier einen richtigen shop aufmacht äh let's do it ok ähm warum fragst du john nicht einfach ob er irgendetwas braucht was erledigt werden muss ok nails können wir jetzt machen jawoll wooden crate wunderbar was fehlt uns da palmwood und nails ok dann müssen wir uns jetzt auf jeden fall mal die nägel herstellen auf jeden fall so und wir müssen tja noch umeinander wandern ach nee quatsch wir müssen äh erst einmal hier dingsbums noch kaufen m m let's want to apply a license ja und zwar die logging license dankeschön dankeschön ups damit gehen wir nämlich jetzt dann noch mal zu ihm und kaufen uns die axt ja 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 i take it so damit haben wir das da auch das verbraucht mehr ne als nur 1 requires 5 8 große güte alles klar dann warte mal wir schauen mal ob wir da und den hätte ich wahrscheinlich machen müssen schauen wir mal was wir ihm verkaufen können alles so sell goods schauen wir mal und zwar was ist das bury äh versuch das nicht äh cross is full of termites schauen wir mal ob wir das verkaufen können den schmetterling auf jeden fall das sind grassamen weg damit ich weiß nicht ob ich das ding hier verkaufen soll das ich weiß auch nicht wie das mit den dingen hier ist ne also ich würde sagen das da tue ich auch noch weg ja sell 2382 alles klar so und was war das mit der schaufel da brauche ich halt eine digging license ne ja ok ok also der verkauft mir das zeug noch nicht einmal bevor ich nicht äh eine license habe dafür und die bäume kann ich tatsächlich nicht doch kann ich ah ok dann falle ich um das ist klar alles klar jetzt ehrlich Level 2 ok ich meine das muss man natürlich auch erst einmal wissen ne ja game save John is visiting visiting the island so escape ist irgendwas so damage spon sponge you sure can take a hit or two here is a milestone for taking damage ok wir haben damage bekommen alles klar hard worker watch your energy if you push yourself too far or if you stay out too late you will faint ok cool damit haben wir das 4 früchte verkaufen 6 muscheln sammeln und 3 käfer verkaufen ok haben wir ja schon mal eine aufgabe ne weil ich möchte natürlich die andere lizenz auch noch haben ok also wenn man gras weg hackt dann kann es passieren dass man grassamen raus bekommt aber es braucht natürlich auch die axt auf ne das ist das andere hm machen wir erst einmal die muscheln das ist glaube ich denke ich noch am einfachsten so 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 und die letzte gut damit haben wir punkte bekommen wir können uns die nächste lizenz holen ähm wie ist das mit den früchten ich weiß es nicht gut da müsste man dann erst einmal wieder was finden ne ich denke mal das wird auch eine zeit lang brauchen bis das nachwächst jetzt gehen wir halt einmal rein zum john ja sell goods die grassamen verkaufen grassamen verkaufen wir auch 1010 alles klar sound good so und dann gehen wir aber auch gleich nochmal daher weil die pickaxes nehme ich dann gleich durch ja 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 i take gut einmal raus so da blinkert schon wieder irgendwas ok walking about 5 kilometer gelaufen ja cool dann dann haben wir shellfish lover da kriegen wir nochmal 100 damage sponge haben wir doch schon gehabt eigentlich ok so wir brauchen allerdings ups ähm ich würde sagen den da kann ich den nicht den kann ich nicht fällen ah das sind früchte habe ich gerade gesehen hier auf dem baum cool ist mir noch gar nicht aufgefallen das wundert euch nicht wenn ähm kein hallo und keine verabschiedung kam ich bin ja wieder voll im aufnehmen fieber und habe mit sicherheit einen hard cut gemacht oh ja das ist halt nicht wenn man ein neues game anfängt billy button ok wir laufen jetzt einfach mal Richtung süden genau hier der turm den haben wir ja auch schon mal öfters gesehen ne da bin ich auch mal gespannt was wir da machen müssen read ähm dieses ding schaut kaputt aus äh da fehlen teile äh place items ja ah da sieht man dann auch was ok alles klar ich denke mal dass wir deswegen auch das grüne zeug dann aufheben sollen auch was liegt denn da puh ah der kot der tiere der ist wahrscheinlich dann zum zum farmen gut so wir müssen aber auf jeden Fall nochmal hier farmen und da ich Kupfer jetzt aktuell wahrscheinlich nicht unbedingt brauche würde ich sagen mache ich das jetzt mal ich hoffe ja auch sehr dass wenn ich koche dass ich mir dann damit auch wieder ausdauer und sowas herstellen kann ne kannst du das zeug einsammeln hallo dankeschön jetzt muss ich mal gucken so in die richtung wenn wir schauen ist norden und wir sind jetzt ok wir müssen wieder nach osten wir müssen wieder nach osten gehen aber naja ich hacke jetzt nochmal nicht ich denke das hat auch mit der ausdauer zu tun wie viel ich ähm vom level her steig vermute ich jetzt mal dumm 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 so dann hatten wir ja noch eine aufgabe oh harvest master alles klar dann haben wir or or nothing und wir haben smashing cool so äh verkaufe vier früchte so wir haben die bush lime haben wir ja bringt uns zwei gesundheit und drei energie nicht schlecht ne so ich möchte aber hier vier stück verkaufen dann möchte ich verkaufen die hier alle ein ein yellow puff bury tun wir das aufheben ne tun wir weg sell und und 1805 ok dann haben wir nämlich das ding auch erledigt jetzt haben wir 1000 ähm ok wir kriegen hier dann auch nochmal einen erfolg dafür soviel erfolge in so kurzer zeit so dann talk mal ein wenig zu mir lizenzen brauchen wir und zwar die fishing lizenz dann brauchen wir natürlich die ähm buddler lizenz hoho landscaping building ach du miss das wird ja immer mehr ne oder ne das wird nicht immer mehr die habe ich bloß ok dann machen wir mal die landscaping und wir machen die äh builder brick path ok cool stone steps zement path zement stufen ok palmwood path palmwood steps gumwood path und natürlich das da noch und dann haben wir auch da kann man verschiedene alles klar und die building license würde ich noch gerne nehmen alle die hole zu kraft simple bridges machen wir so palmwood bridge hardwood bridge gumwood bridge brick bridge brick bridge was für ein name ok yes wir sind bereit kann ich die da eigentlich nicht hauen so und da wir sowieso schon abend ne wir haben ja noch früh ne aber man verbraucht hier so viel ausdauer so lass uns mal nochmal hingucken an den an den builder tisch hier wir könnten den crafting table machen was ist damit cooking table was fehlt uns da tin sheet fehlt uns und palmwood blanks das ist gumlock ok jetzt ist nur die frage ok die geht nicht wir schauen halt einfach mal ob wir hier irgendwo in wassernähe palmen auch finden gleich wieder einsammeln hier ne nicht wiegen lassen einsammeln habe ich gesagt gut wir brauchen natürlich auch noch angel und sowas hier hallo nimmst du die jetzt kann ich eigentlich schwimmen und braucht das energie naja erforschen wir halt immer so bisserl die gegend ne ohne dass ich jetzt nicht noch großartig müde mache obwohl ich müde werde sehe ich ui ok das ist natürlich dann blöd ne wenn ich dann irgendwo umkipp so wo sind wir denn ok wir müssen einfach nur Richtung roten eigentlich ist es schon um einiges größer als ich dachte am anfang aber das sind immer nur gumlocks ne aber das sind immer nur gumlocks ne ganz viel schmetterling oh ne oh ne ok das rumrennen bringt natürlich dann auch das problem mit sich dass man müde wird aber jetzt bitte nicht ertrinken auch tauchen kann man auch ne ja sehe ich gerade rennen oder so kann ich nicht merke ich zumindest da kommt geh hoch schaffst du schon nicht einmal mehr die stufe jetzt nach oben oh ich bin schon wieder falsch gelaufen na gut wenn wir hier erst einmal straßen angelegt haben dann wird das ganze auf jeden fall etwas übersichtlicher werden ja ich kann mir schon gut vorstellen dass das spiel von einem angezockt über geht in let's play ich bin eher mal gespannt wie die ganzen reaktionen sind ihr wisst ja dass ich wenn ich angezockt mache das immer vorab aufnehmen immer so zwei drei vier fünf parts je nachdem und ich denke fünf parts werden es definitiv aber wir werden sehen ob es mehr werden so von daher würde ich sagen wir machen an der stelle jetzt mal schluss wir legen uns noch miteinander mal hin ganz kurz ins bett zack einmal schlafen bitte sleep until tomorrow dass wir gespeichert haben und dass wir mal sehen was wir hier abcashen mining bug caching jawoll level 3 jawoll dings earn 2800 ja dann muss natürlich alles noch nach oben das ist ganz klar so perfekt die john is visiting visiting the island klasse alles klar leute es regnet jetzt sogar mal ich hoffe sehr dass es euch gefallen hat lasst mir gerne like da lasst mir kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag schönen abend schönes wochenende was auch immer ciao ciao bis dahin bis dahin bis dahin Untertitelung des ZDF, 2020